Oh, hallo liebe Nerdser Zuschauer und natürlich liebe Nerdser Zuschauerinnen. Ihr seid mir gefolgt, hier in diese entlegene Bar auf Neibutter, aber darüber möchte ich gar nicht mit euch reden, darüber wie schön diese Bar ist, ich meine, seht euch mal um, ich klinge oft nach Feierabend ab, ihr könnt da gerne mal vorbeikommen, wir mit mir trinken, ist toll hier, aber wie gesagt, darum geht es nicht, es geht vielmehr darum, dass wir das Privileg haben, bei dem Bundesmedienpreis von NRW so nominiert zu sein, das heißt, es ist der Publikumspreis, ihr müsst nichts anderes machen, als für uns abzustimmen, das heißt, ihr habt es in der Hand, ihr geht bitte auf den Link, der unten in der Beschreibung steht oder direkt auf www.nrwsohn.de, könnt ihr auch so einen tollen Pokal klicken und da einfach uns zwischen den ganzen Videos suchen, wir sind da auch, wenn man uns nicht sofort findet und für uns abstimmt, das wäre für uns ein riesen, ein riesen Ding wäre das, also um diese Uhrzeit sollte man nicht unbedingt noch in dieser Bar abhängen, aber egal, also das wäre ein riesen Ding für uns, wenn ihr da für uns abstimmen könntet, also ich kann das nicht in Worte fassen, natürlich lassen wir bestimmt auch so eine Überraschung für euch springen, wenn wir dann tatsächlich gewinnen werden. Ja, ich habe gute Laune, das heißt, ich gehe jetzt ein bisschen tanzen, wir sehen uns später bei Ihnen. Uh, otros ist es ein bisschen kein community Iki, wir sind da, das finde ich triumph, nicht zu völlig nachvollziehen, da nicht zu völlig nachvollziehen. Okay, saaf, sie wurden taugugugugugugugugugugugugugugugugug幸 Bis zum nächsten Mal.